Der SC Paderborn sagt Blutkrebs den Kampf an. Mit Trainer André Breitenreiter an der Spitze haben sich zahlreiche Mitarbeiter und Spieler der Ostwestfalen vor dem Spiel gegen Hertha BSC bei der deutschen Knochenmarktspenderdatei registrieren lassen und damit als potenzielle Lebensritter aufnehmen lassen. Am letzten Wochenende im April veranstaltet der Bundesligist gemeinsam mit der DKMS beim Heimspiel gegen Werder Bremen eine Registrierungsaktion in der Benteler Arena. Untertitelung des ZDF, 2020